es gibt es eigentlich hat es ist nicht so gesund ist so zu liegen können du was und alles ist dort der schiebsel kopflos das machen und alles auf Kammerballen ab ab schlecht im Sitzers Klo Schildes Klo bei Ries was ich warum you okay das ist auch gut das argument so schauen wir mal was wir da ja ja der hängt alle schaffende türkern schauen wir mal ob wir auf der damen toilette was finden okay was denn hell liegen leichen rum ist das okay Oh ja, da ist schon mal nix. Oh, am 30. werden die Uhren wieder umgestellt. Ah, stimmt ja. Sommerzeit. Summer time, summer time. Es ist voll kalt. Wieso haben wir eigentlich offen? Ach, für einen guten Luftzug? Okay. Ist der wirklich so zu kalt, dann hol der noch Decke. Na, was da? Die ganze Belegung ist ein bisschen Piu. So, was noch mal da? Ah, confidential. So, jetzt lesen wir uns auch noch mal so. Ma, 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 ma. Bist du fertig mit dem Essen? Ist gerade so. Okay. Tschut, tschut, tschut. C, c, c. Wenn mir sagt, dann, was wir fertig mit dieser Bolladen, Nee, das ist ja auch das. Oh. 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 Oh, oh. 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 Okay, es tut mir leid. Das ist in dem Moment, wo du das Spiel sagst, du soll ich um die Ecken lehnen, dann mach ich mir Sorgen. Ja, das ist nicht meine Tasche, die hat mir meine Mom gegeben. Gibt dir deine Mama so eine Tasche? Ich weiß einfach was, das ist so fancy, ich finde. Okay. Nein, ich kann keine Blutspuren, oder? Doch, ich kann einen Blutspuren machen, jetzt kann ich was zeichnen. Das steht ja. Okay. Ich stelle es dann sicher besser. Ja, diese lederne Tasche mit einem toten Kopf drauf, nicht nur die Nieten. Mit einem toten Kopf und Steinchen drauf. Crystal. Knopf. Nein, das ist nicht unbedingt, oh Gott, das kenne ich mir, das weiß ich mir aus dem Krankenhaus. Was passiert jetzt, was Brustliges? Los, du Schleifstens, mach, los, los, los. Kass, sorry, der Lippe, die Lebenden können da nichts tun. Also, da müssen wir ihm helfen. Die Lebenden können da nichts tun. Ne, weißt du, wie Yoshika auch geht? Soll ich mir nicht helfen? Nein, das kann man nach Bord, ich kann mir leider auch nicht helfen. Achso. Hallo! Sehr gut. Ich wollte schon aber ein bisschen fertig aus. Wow! Also, wo sind wir da jetzt? In einer Nervenheilanstalt. Ah. Ich kann das sogar. Ich verstehe. Wenn ich es verstehe, dann... War das gerade hessisch? Na, was? Oh, das liegt mir nicht. Nein, das ist... Oh, die. Oh, die. Ah. Ciao. Also, da... Ja, Klau-Roten-Leuchel. Naja, Fax wird es nicht gefallen. Und warum? Der Fax ist auch nicht da. Ja. Der Kick hat von... Der Inventable Down, okay. Jetzt habe ich eine Kick hat. Ah. Der hätte es echt nicht auf Schwerer einstellen sollen. Was spielst du noch? Da auch schon. Achso. Das haben wir... Jetzt haben wir Let's Playception. Du spielst während ich spiele, während du spielst. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Bis jetzt gleich. Mhm. Was muss ich drücken? Was muss ich drücken? Woah. Ich kann nicht angreifen. Nein, nein, nein. Okay, gut. Hör mal. Kann ich in die A reinglitschen? Ich will auf die Raussprung. Ich will auf den Rausspringen. Äh. Du kannst es doch nicht. Nein, man kann nicht. Du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Okay. Jetzt habe ich die Kick hat. Das hilft mir weiter. Mama. Was ich mal noch? Wackenbunker. Na mir auch schon wieder. Ich muss jetzt da lang. Ich glaube, ich muss da lang. Aber ich habe Angst. Und in den Keller will jetzt aber an. Nope. I'm out of here. Woah. Oh. Ah, okay. Das ist gut. Schauen wir mal, was da ist. Oh. Ähm. Ich will sie abhängen. Ja. Alle hängen sie ab da. Du kannst die Lampe anstoßen. Und das ist wohl cool. Du das. Brave Party. So, jetzt schaffe ich es ja. Der hat nur seine Zahl. Okay, wenn du das sagst, Chibi. Ist ja alles so schön. So schaut es bei mir auch. Too much information. Oh, das. Der hat auch eine Zahl gescheitert. Schattest du da nicht? Witness. Wichtig. Ja, das ist so. So sexistisch. Hallo. Ich will sie eine Hand schütteln. Ich will sie eine Hand schütteln. Das wäre jetzt aber lustig, wenn ich die Spülung betätigen kann. Kann ich die Spülung betätigen? Na, okay. Betötigen. Okay. Weißt du. Okay, gut. Entschuldigung. Es reicht zum... Oh, das hat mich erschreckend zu kriegen. Erschreckend zu spielen. Ja. Wer ist das denn? Zeig mal. 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 Vielleicht ist das ja... Na ja. Vielleicht ist das ja eine prägnante Nummer, die sie von früher... Das ist ja meine eigene Nummer. Okay, da will ich nicht rein. Da ist jemand auch noch mal reingelaufen. Dann fülle ich mal da rein. Ja, das wird schon. Okay, ich bin... Na, nicht jetzt. Ja. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Was kommst du? Oh. Ich warte jetzt, bis das Spiel vorbei ist. Den ganzen Tag. Ich spiele ein bisschen Snake. Vielleicht eigentlich nur mehr da so ein Poster, dann haben wir Metal Gear. Dayline. Ja. Mit dem Kuchen und so. Das zieht sich von Spiel zu Spiel. Oh. Also hat jeder immer wieder Kuchen versprochen gekriegt und deswegen haben sie so viele grausame Sachen gemacht. Genau. Jetzt stellt sich natürlich raus, dass wir als Journalisten natürlich auch voll der Programmierer sind und genau wissen, welchen Code wir eingehen müssen. Sicherheit. 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 Okay. Nein! Ich muss das Spiel nochmal anfangen. Okay. Es ist echt schwer. Es steht eh, da ist man mit drin verstecken. Don't try to fight. Ich spiele es sogar. Nein, kämpf nicht. Du kannst jetzt mal kämpfen. Ja. Oh, das ist der Vetter. Ich hab Angst. Magst du dann wieder spielen, Schäppchen? Nein, genau das ist jetzt nicht so toll, denn ich nicht mehr kann. Okay. Jetzt müssen wir mich in den Keller gehen und die zwei Generatoren aussuchen. Und da bin ich mal gelogen. Oh, nee. Du bist ja wie Halt im Gorn. Ja. Ich hab wohl gar was gemacht. Das weiß ich nicht. Aber nur will er dich nicht heiraten. Ja. Vielleicht will er mich heiraten. Die weiß es nicht. Sag mir, du musst telefonieren. Nein bitte nicht. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh, 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 oh. Okay, Herr Hicke, du gibst mal hin. Ich hab dir mehr Sanity. Hä? Ich hab dir mehr Sanity. Ich hab dir Sanity. Ja, während du nicht hinscharsch. Oh, ich kann nicht hin. Schön, sie sind mir gerade interessieren, ob's da so ein Quick-Safe-Button gibt. Ah, hallo Lucy. Sie schmuggelt sich einfach. Oh Gott, sie haben boxt. Lucy... Nein. Ah. Komm hoch Lucy. Ich bin halbwegs gut ausgedrückt. Ja, aber hauptsache die Katze kommt nicht zu mir, wo ich ihren seelischen Beistand nötig hätte. Ich glaube nicht, dass sie dann ihre Meinung wirklich ändert, aber okay. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, ja, die Autos. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich. So, Knöpfchen drücken. Ich liebe dich. Du liebst die Katze während ich da einfach mental im Eimer bin. Oh, da hängt schon jemand. Da sind sie. Ich hab Angst. Okay, da geht's mal nicht lang. Mein Patrice ist schon fast leer. Du hast ja nur mehrere Versatzbatterien, oder? Ja. Ja, siehst du, das geht schon. Aber ich hab trotzdem Angst. Du schaust jetzt. Ich hab trotzdem Angst, ja, ich hab doch Angst. Okay, ne, 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 ne. Ich hab auch Angst, ja, ich hab auch Angst gehabt. Und du bist mir Angst, ja ne. Ich hab mir Angst vor, ich hab' nichts gemacht. Ja, Mann. Wo ist der, die eigentlich hin. Der ist telefonierend gegangen. Ja, stimmt. Ich bin auch. Hallo. mach ich doch dir wieder ein Witz zu. Schau mal da rein. Du bist so gut gefühlt. Das war alles. Ja. Hast du mitlassen? Oh, du bist schon unten. Wir haben einen Kassenallergen. Ah ja, stimmt. Aber ja, warum nicht? Was? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Du magst das Lachst. Kann ich sehen, wie du mal aufs Computer? Ich hab Angst. Ja, ich hab Angst. 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 Das ist keine Copyright Probleme. Nein, ich denke nicht. Ja. Das ist doch auf Computer. Ich hab Angst. 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 Spendern!